Vorschau Rote Rose Folge 3361 Im Aufwachen begreift Stadiana, dass es Andreas und nicht Pauva, der sie um Verzahung gebeten und ihr seine Liebe gestanden hat. Jede Begegnung mit Andreas wird jetzt zum Kampf. Sie macht Andreas klar, dass Reue und Liebesgeständnis viel zu spät kommen. Aber warum nimmt sie dies alles so mit? Gregor hat im Dreikönige auch das Restaurant dicht gemacht. Ellen überzeugt Carla, nicht kampflos aufzugeben und bringt ihre Chefin auf die Idee, Essen an die Gäste zu liefern. Gesagt, getan. Carla und Ellen richten in Carlas Privatküche einen Lieferservice ein. Die Nachfrage ist enorm. Gregor ist irritiert. Wieso läuft da noch was? Amelie ringt Umhaltung. Tristan hat, als Marionette von Gregor, ein mehr als mieses Spiel mit ihr gespielt. Alles, was an Tristan erinnert, fliegt raus. Tina will nach Louis' Geburt schnellstmöglich wieder arbeiten. Aber als Britta und Mona von den ersten Babymonaten schwärmen, kommt Tina ins Grübeln. Thomas ist zurück aus Brasilien, aber für eine Freundschaft mit Tatjana ist es definitiv zu früh. Thomas badet im Selbstmitleid. Thomas badet im Selbstmitleid. Thomas badet im Selbstmitleid. Thomas badet im Selbstmitleid.